Du darfst nicht diesen Tunnel betreten, sonst wirst du drauf gehen. Was am Ende passiert, ist echt richtig, richtig heftig. Dann lass uns mal in den Tunnel gehen, Kaspar. Komm, komm, komm. Let's go rein hier. Wo ist hier? Oh mein Gott. Und das Ding ist, pass auf, wir müssen jetzt hier warten. Hier ist so eine grüne Wand. Und hinter uns wird gleich Thomas.exe kommen. Und möchte uns holen, ja. Oh Gott, oh Gott, ich hab Angst vor dem. Der hat auch so ein gruseliges Gesicht, ne. Den mag ich gar nicht. Genau, dann musst du gleich auf jeden Fall, wenn der gleich kommt, du musst halt sofort die ganze Zeit entgegen drücken. Und dann musst du irgendwie diesen Parcours überleben, ohne dass er uns holt. Der ist der, jetzt musst du mir mal erklären, ist der jetzt schnell oder ist der gleich über langsam oder so? Der hat schon so ein Tempo drauf, deswegen, oh, okay. Der Zug kommt schon mal, das heißt, jetzt kommt der Zug von rechts vorbei. Und jetzt siehst du hier im Mittelgrund, dass Tom da kommen wird. Oh, das mag ich nicht, das ist hier, ich höre hier schon was. Ich sehe doch da hinten was. Siehst du die roten Augen? Die roten Augen, ich sehe die. Los, los, geh jetzt hier die ganze Zeit entgegen, sonst wirst du da nicht direkt drauf gehen. Spring, 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 spring. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie komme ich denn da durch? Ja, gleich, gleich wird es passieren. Der kommt mit Malena, siehst du ihn? Oh mein Gott. Thomas. Ich habe eigentlich gerade eben, schnell. Okay, jetzt lauf, 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 so schnell wie du kannst. Oh mein Gott, oh mein Gott, Thomas ist direkt hinter uns. Alter, die Lokomotive. Oh, nicht runterfallen, Kaspar. Ey, das kann ich doch nicht, als ob du runtergefallen bist. Ja, nein. Beim ersten? Ja. Oh mein Gott, ich laufe hier gerade noch weiter. Oh Gott, du komm, aber pass auf, nicht, du wieder runter. Ich sehe ihn da hinten, lol. Ihr müsst Gas geben, schnell. Ja, ich weiß, ich weiß, du kannst aber trotzdem noch den Parcours machen, ne? Du musst halt nur wieder reingehen. Nee, nee, ich bin draufgegangen, ich muss hier warten. Oh, okay, ich laufe jetzt gerade den Leuten hinterher. Ey, das, ich komme auf jeden Fall gleich zu dir, Kaspar. Oh mein Gott, Alter. Das ist ja übertrieben schnell gerade hier. Wow. Oh, nein. Was passiert? Was passiert? Hilfe. Ich bin... Wo bin ich denn jetzt gerade? Hä? Ich bin out of map oder so. Oh Gott, jetzt muss ich irgendwie lang laufen, Leute. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier wieder rein... Oh doch, ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Thomas kommt. Nein. Ey, Mann, er hat mich geholt. Ey, Mann, oh. Lauf, lauf, lauf. Thomas ist schon wieder hinter uns, Kaspar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich merke es. Ich habe technische Probleme. Oh mein Gott, meine Tastatur hielt einfach gerade fest. Diesmal darfst du jetzt hier nicht runterfallen, okay? Auch wenn hier jetzt gerade viele sind. Du musst nur gerade ausspringen. Schnell durch die ganzen Boxen durch. Ey, oh mein Gott. Oh mein Gott, worauf hier? Okay, stell durch die Boxen. Du musst echt vorsichtig sein gleich beim Laufen und so. Da sind überall so kleine Teile, wo man festhängen kann. Ey, hier ist so ein kaputter Ding. So ein kaputter Zug, so ein entgleister Zug einfach, ne? Genau, der ist ja quasi auch noch vor uns. Und oh mein Gott, die ganzen Teile. Oh, ich habe gerade ein bisschen Leben verloren. So, hier darf man auch springen. Wieso, 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 wieso nicht rühren oder was? Hä, bin ich fast tot? Oh mein Gott, ja, die Flammen. Ich weiß, die Flammen. Oh mein Gott, die Flammen. Nein, was, 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 was? Oh, ich bin fast tot. Bitte lass uns hier lang. Thomas kommt. Thomas kommt, bitte. Hallo, ey, och was. Was, ey, die haben es alle gerade geholt. Die Tür hing da fest. Ach man, oh. Hä, ey, wieso kamen wir da denn nicht durch auf einmal? Ja, wir mussten auf diese Tür hing da gerade irgendwie fest. Oh man, weil wir so viele waren. Das war verbuggt oder so. Ja. Oh, lauf jetzt. Thomas ist schon wieder hinter uns. Oh, ich will nicht schon wieder drauf gehen hier. Boah, weg mit den Kisten hier. Sag mal. Bist du echt weg mit den Kisten. Oh, du legst dich genau in meinen Weg. Ja. Okay, jetzt hier bloß nicht hier runterfallen bei diesen Teilen. Nee, das will ich nicht. Das Ding ist, pass auf, wir müssen da hier aufpassen, dass jemand die Tür nicht da so kaputt macht, dass sie da im Weg liegt, dass sie nicht vorbeikommen, ne? Ich bin da eben irgendwie einfach nur fest, ne? Ich weiß auch nicht genau. Genau, oder irgendwas hat das halt irgendwie so versperrt oder so. Okay, lauf schon weiter. Da hinten kommt der. Oh Gott, okay. Ich hab mich halt auch. Wie schafft er das, der Thomas hier überall lang zu pesen, ne? Ja, ja, ich weiß. Oh Gott, es ist echt grad dunkel hier jetzt gerade. Alter, ich seh gar nicht, meine Taschenlampe ist gar nicht hell genug. Ich hab's geschafft, okay? Ich bin ja schon mal weiter. Oh, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Sehr gut. Und bloß nicht hier diese Teilen berühren. Berühr nicht diese Teile. Thomas, das ist noch hinter uns, oder? Ja, 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 okay, okay. Ja, ja, Thomas kommt der. Der ist nicht so ein UFO, guck mal. Nicht berühren die Alien-Teile, ne? Nicht berühren, auch nicht die Grütze berühren. Hier übers Holz rüber. Oh mein Gott. Okay, du musst echt aufpassen. Oh mein Gott. Thomas, hinter uns, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, lauf schnell. Hä, hier ist der nette Thomas. Hier, schnell. Ich weiß, es ist der nette. Das ist Thomas Punkt, nicht Echse. Ja, ja, stimmt. Okay, ich glaube, er geht jetzt gegeneinander. Oder geht er durch und durch? Ich glaube, er geht durch und durch. Nein, okay, lauf schnell weiter, Kaspar. Lauf so schnell, wie du kannst. Oh, oh, oh. Sind wir denn jetzt hier gerade? So Würwermatrix-mäßig oder sowas. Was? Der voll verwirrend gerade. Oha. Guck mal, wie Thomas jetzt fährt. Ich bin gespannt, wie der jetzt fährt. Ich bin so, der fährt immer geradeaus, ne? Was? Das ist so eine Maschine, ist der Typ, ne? Ey, der ist echt voll, die Maschine. Oh mein Gott, das ist so verwirrend. Und schon wieder das nette Thomas, oder? Oh nein, das ist noch ein Thomas. Ist das der nette? Oh, das ist der nicht nette. Ich glaube, ich sehe keine roten Augen. Ich glaube, das ist der nette. Oh, der ist irgendwie gar nicht. Okay, ja, er ist der nette, auf jeden Fall. Er ist direkt. Ich glaube, wir sind auch die letzten drei, die am überleben sind, ne? Ich weiß, ich weiß. Wir müssen nämlich probieren, diesen Parcours komplett zu schaffen. Guck mal, da vorne. Oh mein Gott, der ist explodiert. Oh mein Gott, da war doch noch einer. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, der springt hier auf den Kass rauf. Ey, das kann doch nicht bringen. Ey. Der hat mich fast gekillt gerade. Alter, der ist gerade explodiert, der Typ. Weißt du, der wollte sich hier hochgehen lassen neben uns. Ich weiß. Alter, das ist fast einfach. Oh mein Gott. Nein. Oh Gott, wir müssen jetzt hier am besten schnell durchlaufen. Oh mein Gott. Oh hier durch. Machst du schnell, du kannst, Kaspar. Auch hier unten durch. Mensch, 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 Mensch. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Power mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt der jetzt? Oh, er ist immer näher. Er ist immer näher. Okay, du musst jetzt hier am besten. Lauf links, 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 oder? Nein. Nein. Das Ding ist im Weg. Jetzt, 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 jetzt. Oh mein Gott. Ey, das war gerade im Weg, ne? Guck mal, der Thomas. Er fährt weiter. Oh Gott, er fährt gar nicht rüber hier, ne? Warte, bis Thomas bereit ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, guck mal, da drüben der Zug. Der hätte uns gerade platt gemacht. Oh mein Gott, stimmt. Ja, aber wie kompliziert. Hier können wir dran ziehen. Hier, an der Weiche, oder? Zieh dran, zieh dran, zieh dran, oder? Aber du musst hier, glaube ich, hier vorne langlaufen. Ich glaube, wir müssen hier langlaufen. Oh mein Gott. Ja, du hast recht, du hast recht, oder? Und wir müssen warten, bis Thomas bereit ist. Das bedeutet, dass jetzt, glaube ich, hier... Oh, wir müssen kurz warten, Kaspar. Oh, wo ist denn Thomas, sag mal? Wo müssen wir jetzt hier weiterlaufen? Da vorne kommt was, oder? Ne. Oder in den Zug rein? Müssen wir hier lang? Guck mal, hier. Ne, wir können gar nicht mehr zurück. Hä, sind wir jetzt hier gefangen, oder was? Es kann eine Sekunde dauern, bis Thomas bereit ist, okay? Wow, guck mal, es geht los, Brox. Lauf, 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 lauf. So schnell du kannst, Kaspar. Ja, da drüben, wir müssen den Zug nehmen, oder so. Schnell. Da kommt der. Oh nein. Siehst du, Thomas pro Wechsel? Hey, lauf, 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 ich sehne, ich sehne. Oh mein Gott, du musst so viel Gas geben jetzt gerade. Hey, oh was wohnt hier denn jetzt? Irgendwie so ein Dämon-Zug, oder so. Irgendwie so ein Dämon-Zug, oder so. Ich merke das auch gerade, guck mal, jetzt wie der aussieht, der ist ja voll schnell. Ey, Kaspar, du musst so viel Gas geben gerade, ey, was? Guck mal, ich habe dir doch gar nichts getan, sag mal. Ich habe dir auch gar nichts getan, Thomas, bitte. Da hinten haben wir schon das Licht, ne? Ich glaube, das sieht schon ein bisschen nach danach aus, wenn man weitergeht. Hä? Das sieht, warte mal. Hä? Was ist denn jetzt los? Pass auf, dass du... Ey, was passiert hier? Wir sind in unserer Geisterwelt. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los hier? Oh mein Gott, was ist denn das jetzt? Loin, wir sind komplett dunkel. Wie so ein Schneewelt, oder irgendwie sowas, ne? Das sieht richtig krass aus gerade, ne? Oh mein Gott, das habe ich noch nie gesehen. Ey, wir dürfen nicht rechts und links davon langlaufen, sonst war es das mit uns. Ich weiß, ich weiß, ich muss auf jeden Fall nicht aufpassen. Oh Gott, es geht auf jeden Fall hier auch. Ich habe wohl, komm, hier durch. Hier weiter, hier weiter, sehr gut, sehr gut, schön durch. Ah, gib Gummikaspar. Kommt Thomas schon dahinten? Ja, da kommt er, da kommt er. Der ist direkt hinter uns, ich weiß, das ist sowas von nah dran gerade. Hier lang, hier lang, hier lang. Oh, der muss abhauen jetzt. Du hängst ein bisschen hinterher, sag mal. Ja, ich gebe dir schon mein Bestes gerade. Oh mein Gott, wo bist du denn jetzt gerade? So ein mega Wasser... Oh mein Gott, pass auf, pass auf. Oh mein Gott, Tom. Pass bloß auf, Kaspar. Pass auf, das war schon eine Falle da direkt. Oh mein Gott, das war gerade echt eine Falle. Oh mein Gott, guck, wo ging der an? Auch unten jetzt hier mit dem Wasserfall und so. Das sieht aus wie, als wären wir hier in Encanto oder sowas, ne? Gefühlt schon irgendwie, als würde ja, sag ich, irgendwie Bruno aus der Seite rausspringen. Ist so, ist so, ist so. Hier lang. Vorsichtig. Okay, haben wir auch jetzt geschafft, sei gut. Okay, haben wir, haben wir, haben wir. Thomas von Exe kommt denn an. Ich weiß, lauf bloß weiter geradeaus zum Licht. Du wirst mich hier nicht besiegen. Oh. Oh, ich wurde gekickt. Ich auch. Chani found you. Nein, der hat uns gefunden. Chani fanny hat uns gefunden. Nein. Der ist einfach, oh mein Gott, du hast gesehen, der kam gerade einfach so und wir sind in ihn reingelaufen. Habe ich nicht mal gesehen. Nein. Wow. Oh mein Gott. Ey, ohne Spaß, jetzt ist anscheinend Thomas noch böser geworden oder so. Oh, ich sag dir, der hat jetzt auf jeden Fall so Feuerzähne, habe ich gehört. Ich weiß, ganz, ganz verrückte Sachen. Der ist so schnell wie eben. Der ist so schnell wie eben. Springer West jetzt hier über die ganzen Sachen rüber. Und ich hoffe, wir bleiben jetzt hier nicht irgendwo doof festhängen oder so. Oh. Ja, ich hoffe auch. Hier ist noch rüber. Ey, sie ist doch gefühlt dunkler als eben gerade, ne? Ist auch echt gefühlt dunkler geworden als eben. Weil es ist halt nur noch viel schwerer. Keine Hande, das ist nicht Dreck. Oh, das ist hier diese Schiene hier, dieses Schienteil da. Stimmt, du hast recht. Okay, aber das Ding ist, ich bin jetzt gerade auf dem allerersten Platz gerade, ne? Oh, hier ist schon einer draufgegangen, Alter, was? Wow. Okay, ich mach die Tür kaputt. Zack. Die Tür kaputt, klar. Okay, ich kann weiter durch. Ja, ich bin gestorben. Hä? Was? Wie, du bist gestorben? Ich bin gestorben. Ich bin einfach in so eine Lücke gefallen, die gar nicht da war. Ja, weil das gerade explodiert. Mann, du gehst jetzt auch drauf, komm, du gehst jetzt drauf da jetzt. Ey, ich gehst jetzt drauf. Hey, ich bin einfach in so eine Ritze gefallen. Ja, selbst schuld, ey. Karma. Ey, ohne Spaß. Los, jetzt, lauf. Oh Gott, oh Gott, diesmal bitte nicht drauf gehen, ja? Ey, ohne Spaß, du darfst nicht drauf. Wir müssen das beide zusammen schaffen, ohne Witz. Oh, 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 oh. Oh, okay. Oh mein Gott. Über die Reifen rüber, so, alles klar, kannst du das? Ich weiß, das war schon richtig schwierig, aber das Ding ist, hier vorne habe ich jetzt einfach so drei Leute vor mir, was halt ein bisschen doof ist, weil die natürlich die Tür und so benutzen. Oh, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ey, ich bin halt eben da drauf gegangen, wo man eigentlich hätte gar nicht drauf gehen dürfen, ne? Also einfach ohne Grund. Einfach so, kann ich mir aber nicht vorstellen. Oh, 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 oh mein Gott. Ja, ja, einfach so, einfach so, einfach so. Wow, Alter. Genau da, genau da, wo du gestorben bist. Ey, ich bin draufgegangen. Nein. Ey, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich hier. Wo bin ich? Da, dieses Teil. Ich bin auch draufgegangen. Mann, ey. Es reicht mir mit Thomas. Thomas, fahr nach Hause. Kannst du das von den Videos gewesen sein, wenn es euch gefallen hat, lasst euch jedenfalls gerne ein Like und ein Abo da, schreibt um die beiden Videos aus, haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.